Ich werde es, dass wir uns die Wirt geben und das kann so sein, dass wir das verstehen können und dass wir das annehmen können und in unserem Leben eine Planung, dass wir das durchbringen werden. Ich werde es, dass wir uns die Wirt geben. Guten Morgen, es ist gut zu sehen, ich möchte ein bisschen mit einer Geschichte anfangen und wer weiß, was das ist? Zierbassen, nice. In 1993, als ich das Jahr alt war, kann ich nicht gerade sein, dann fragte ich meine Mama, dass ich mit einem Südbass im Reitmärken habe. Das ist, was wir uns in uns erzählen. Wir haben uns sehr geschaffen im Reitmärken für Jahre. Ich weiß nicht, was das nicht gebraucht wird, aber anyway. Ich bin das Jahr alt, dann kann ich ihr helfen. Und dann, dort geht es vielleicht noch lang, aber ich hatte erholt den Reitmärken. Den Living Room, dort wir noch dunkelgerechnet Rugg, wo wir da horden. Dort ist ich schon mal in der Meldie was. Und das ist dort direkt an der Reitmärken. Und ich war nicht nicht hier, nicht? Ich habe da bloß meine Arbeit getan. Aber nicht lange gelungen, da haben wir wie meine Cousins hier hieß. Und ich saß hier alt. Und dann, was wir dann tun, wenn er so alt ist, ist er das Spiel. Und ich weiß nicht mehr, was wir da den Truck hier spielen, oder was wir da den Power Rangers spielen. Aber irgendwie, in der nächsten Stuf, hat ein engster Aufwings, da ich meiner Mama zu meiner Tonten zu reden. Und ich hörte mich nun. Und es wird das eine, wenn einer sich nun hören wird. Und ich kann mich nicht konzentrieren, was einer da hat, aber was wird das sein. Und irgendwie, ich hörte mich nun. Und ich bin hier oben, und sie sieht, sie sieht, um, an der Willi, weil heute, mit mir helfen, rennen wirken, ich brauche nicht drei Stunden, in seiner Steine gute Arbeit zu tun haben. Das ist eine vorige Arbeit, das ist eine kräfte Arbeit. Und das soll ich auch hier sein. So wird das dort. Und das meint bei mir so viel. Und bei der mir so sagt ich hier nicht, nein. Ich glaube nicht, dass wir das weit von den ersten Dagen haben, weil ich dort mal gehört habe. Aber ich kann nicht sehr viele, äh, Memories von, dass das klein wird. Aber das ist einer von der, einer von der Porsche, die ich hatte, die mich, die ich nachdenken habe. Und so, wo glaube ich je, dass ich von dir wieder, weil Mama mir freut, und das ist so, halbem Rehnmärken. Das ist wirklich sehr schlimm, zum halbem Rehnmärken. Oh, nein. Ich will nicht mehr, wenn man durch eine Videokamera wird. Ich will nicht mehr, ich war immer so stört, immer alle wenig abheben, und hier eine große Bank, und hier eine Stoll, und viel Arbeit tun. Wegen, was meine Mama gesagt hat. und ich will nicht mehr. So, die Frau, wo ich von diesen Dagen habe, ist, wo ich in der Weh, ich kann immer proben, mein Leben, wenn ich schaffende, proben, eine gute Arbeit zu tun. Das ist bei mir wichtig, in dieser Schaffende. Aber meine Frau ist, da habe ich von dir, dass dort, wegen, meine Mama hat mir dort nennen gegegeben. Meine Mama hat gesagt, das ist wie ich sie. Ich sehe, ein kranker Mensch, und ein kranker Arbeit tät. Aber ich würde nicht mehr, einmal sein dort gewachsen. Ich will nicht mehr, aber ich will, ich will das ein Teil an mir tun, und, und, das habe mir sehr mitgegeben, dass ich immer schaffende, die eigene Arbeit zu sein. So, ich glaube, in der Lage ist, dass ich das dort abgezogen habe, und das ist wie ich sie. Weil meine Mama sieht mich dort. So, ich glaube, es ist wichtig, dass wir von dir wissen, wer sie wie in Christus. was sagt Gott in seiner Wut? Was sagt unsere himmlische Führer? Wie es Kinder, wie sie immer, sei er bedürt, und was unsere älteren vielleicht von uns denken tun. Nicht alle, aber vielleicht, aber für mich ist das immer nur wichtig, was. Und ich kann es sagen, eben von der ersten Tag, von der, äh, Grown-Ups, die älteren Männer und früher sind, von der ersten Tag, die wollen nachher mal werden, dass ihre älteren sind, und präut sind, dass sie, dass sie berufden, was sie, wo sie sind, und was sie tun. Und wir haben eine himmlische Führer, was sie sagen, dass wir heute von uns denken, dass sie zu tun haben. Und das ist sehr wichtig, wegen und von dieser Welt, dass sie noch einmal hier war, dort, äh, wir strugglen damit, wer wir sehen, ab irms, ab englisch sein, was unsere Identität ist. Und, die sind natürlich angeworden, dort die Welt, die lehrt von der, speziell, ein nur sei, aber da, dort, einer macht bloß, nur eine Fäulung, da, wo eine Fäulung verhaft, nicht? Die Welt, hier entsteht, hier, hier lernen sie dort, wenn einer sich Fäulung hat, das ist ein Mial, wenn er am Morgen ist, dann kann er identifieren, das ist ein Mial. Und dort ist nicht reich, das schafft nicht das dort. Aber er kriegt dort, der Opposite. Und das dort, wenn einer sich Fäulung hat, einer ist, und, wo immer, die Welt, die sagt, dort sind dort, ja, dann kostet die dort sein. Die kostet sein, wo die ihnen Fäulung ist. Follow your heart, follow your feelings, würden sie sein. Und das ist nicht reich. So, wo können wir uns reichen? Wo können wir wissen, wer wir sind? Wenn ich glaube, jeder einer von uns hat, durch eine Zeit, wo das ist dort, ist. Kinder, die gehen durch eine Zeit, ist dort, wo sie wundern, sie sind, oder, 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 wo bleiben meine Eltern für mich? Wenn wir alle sind, dann gehen wir weiter, durch so eine Zeit, ist dort. Ich lebe für mich, ich glaube, 30 Jahre alt, deswegen, ich weiß nicht, wie ich sehe. Auch in meinen jüngeren Jahren, ich habe das, wie ich sehe, und 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 wie ich sehe, vielleicht nicht, ich weiß nicht mehr. so, wir machen, entsteht haben, wo wir dort einen Grund, können, wo wir, können, der Wort hat, kriegen, und, wo eigentlich, das ist, der, 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 der Moral, vielleicht sind wir in den Menschen, wie der Fair oder wie der Mall oder wie Wal-Mart oder was auch immer. Und dann haben wir uns gesagt, okay, weißt du, wenn wir uns verbäßeln würden, wenn einer von den Kindern sich einmal verbäßeln würde, dann würde das Neue sein, wenn wir uns verbäßeln, das ist, wo wir uns trafen, diese Fair oder wie der Register oder wie der Till oder was dort. Dann haben wir uns einen Home Point gemerkt. Wann wir uns verbäßeln würden, dann, wo wir uns hier trafen, dann könnten wir da taub sein. Aber wenn einer die Mall und das, wir haben hier in der Trillerfabrik geschaffen, und wenn wir in der Klima gehen würden, wo wir geschaffen werden, mit dem Mall, ab dem Computer, wenn wir die Mall und das, die man es einsteht, von wo alles gemäht wird. Das ist anders dann, dann, wenn wir uns trafen, dann ist das ganz anders, was du gedacht hast, weil du hast dich nicht gerechnet, dort eine Home Point, wo eine Mall hat. Ich glaube, Henry weiß mit dir, wo ich von heute reden würde. Ich kann dort, die gucken alle mit, sie sind confused, aber ich weiß nicht, wo ich meine. Aber irgendwie, du hast den Krieg, von dir, der alles sich nur gerechnet, nachher drauf und sieht, und es ist dort erst die Bibel für uns, dass es sehr neidig ist, dass wir die Bibel lesen können, dass wir gegründet sind in der Wahrheit. Wenn wir uns verbessern können, oder nicht mehr weiten, dann haben wir das hier. So von der war, du nennen gehst, Hebräer Kapitel 10, fahr ich auf, wo wir anfangen. Ich wollte ab Englisch lesen, aber ich wollte immer ab dich eben sagen. So, Hebräer 10 fahr ich auf, sag ich, And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away our sins. So, ich schau mal wieder zu, in the Old Testament, dort der Priester, die müssen so, jeder Tag immer den Ball abführen, nicht? And, and, offerings, das ist dort, Sacrifices, das ist dort. Vorher 12 sag ich, Aber, when Christ had offered, for all time, a single sacrifice, for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. Verse 14, For by a single offering, he has perfected for all time those who are being sanctified. So, hier ist auf, 12, 14, sagte, to imo, for all time, von er dort, du sie sohn des, das meint, für alle tiet. So, warte, 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 Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen können, wenn wir die Feuillands-Felden nicht da sind. Das waren wir Christen, das waren wir Sünden da. Aber man merkt hier klar, dass der eine Opfer, der Jesus jedem hat, der an unsere Sünden vergeben hat, dass ich gestern von dem und morgen war da, wenn ich in Christus bin. Wir wollen ein bisschen wieder lernen, was das bedeutet. Vers 15. Und die Holy Spirit also bears witness to us. For after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. So, wie sind die, was ihr sanctified worden? Wie sind die, was ihr rein gemacht worden? Was Jesus died für uns, wird half uns sind betult. Aber nun, wenn wir in Christus sind, das Tät, was wir von in Christus, wenn wir Jesus annehmen, ganz weit verstorben, wir wurden rein gemerkt. Wir wurden immer nur da, immer beten, nur Gott. Aber was Jesus died für uns, der hat dort betult. Der hat an unsere Sünden betult. Aber wir blieben nicht nur so. Wir wurden immer beten, in Gott seine Wut, so dass er sagt, I will put my laws on their hearts and write them on their minds. Gott seine Law und den seine Weg, der war nie nie in unsere Mind-Band, in unsere Hort-Band. Er merkt uns anders, von Bähne, nach Bühne haben. Das ist das Ding, was ich probiere, mit dieser Geschichte, die ich habe. Da habe ich von dem Leben, das habe ich da, meine Arbeit, das habe ich da, wenn meine Mama sagt, wie ich sie. die, wegen der Tod von Bähne, und die Bühne haben, mit anderen. Von der ersten Tag, wir machen, der Gospel, was Jesus für uns zu tun hat, macht wir uns von Bähne, und die Rüte haben, uns aneinander. Wir tun uns auf jeden Fall von Bühne, von Bühne haben, proben, nicht? Von Bühne kommt, das ist ein Sippel, das hat so viele Layers, nicht? Wir tun von Bühne kommt, uns proben, um zu verändern. Wir glauben, wir haben ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar, und all diese Dinge tun, das wird uns rein merken, das wird uns reich merken, mit Gott, und das Hauptfläche, aber auch gut sagen, dass das eine Mühle Stöhnenfläche uns nur an Gott bringen. Wir machen das annehmen, was Gott für uns zu tun hat. Und dann hat uns dort von Bähne kommt, eine Rüte haben, an den anderen. Nicht über meine Lesen, nicht über die Quark vor, nicht über all diese Dinge tun, wegen, Gott sagt, ich sie in anbähne, ich sie in Christus. Wir sind reingemacht. So, und steht von Bühne, an den anderen, wir wollen uns von Bähne an den anderen, und was braucht das? Das ist, was das Schwach ist. Das braucht Faith, das braucht Glauben. Das ist, was das zu tun hat, nicht? Gläubi dort, wer wir sehen, in Christus. Gläubi dort, was Gott an sie zu sein, dort. wo wir nach dem Klinik wieder nennen gehen. Verse 17, then he adds, I will remember their sins and their lawless deeds no more. what meint dort? Es ist dort kurz. Isaiah 43, 25, sagt Gott dort, wenn wir am Ohr nehmen wollen, er wird unsere Sünden nicht in den Köln. Dort ist bei mir bloß, sehr wichtig, wenn ich sie erneut verjetzen, weil ich sie ein Mensch. Ich würde sie denken, Gott wird nie nicht verjetzen, und er wird auch nicht. Er wird nie nicht verjetzen, weil er nicht mit Flieb der Dinge verjetzen, aber er wird mit Flieb unsere Sünden verjetzen, wenn wir am Ohr nehmen wollen. Es ist dort nicht viel wird. Es soll dort nicht uns Mut geben und uns von Bänne kommt, von Rüdern, ganz am Anderen. Gott wird vermiedet. Und ein König hier in Götzen wird streben. Ein König hier in Götzen wird streben, weil das der Grund ist, von woher du es nicht in der Welt so sei, wo wir uns abverluten, als Gott sie in der Welt. Wenn einer, ich will, durch das sagen, dass die Kosten auf den Internet nachgehen, und die Kosten, die alles abzulegen, was er kriegt, das ging, weil ich nicht lesen darf, und von woher ich nicht reden darf, wegen der Internet ist das Fall von denen, was Menschen sich gedacht haben. Jeder wird auf den Internet mit Menschen ihre Gedanken und was sie sich gedacht haben. Wenn die, wenn die was haben, die Bibel soll eindringt sein, die kann sie dort abticken, und das wird der Kreis stemmen, und die glauben, dass die Bibel sein wird. Die kann sie dort abticken, was die jankert. Die kann sie dort biegen, als die was. Die kann die Artikel fingen, und die News fingen, und die Biker fingen, was die kregen, aber dort nur ein Grund, was die jankert. Und das ist, was wir mit Träumen haben, aber wir kennen nicht. Wir müssen uns mit diesem Grund, mit diesem Punkt bringen, wo das alles mit angefangen hat, und das ist, was Gott sei. So, wenn sie sich selbst lesen, die Dinge nicht nur von mir nehmen. So, Und wie sie wieder Vers 8 Where there is forgiveness of these, there is no longer any offering for sin. Wenn sie sich verhebt, dass es ein Sinn geht, muss sie nicht immer fressen, weil sie die Abflug behebt. Jesus hat es einmal getan, und das ist nicht. Vers 9 Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, so it's like, du weheng havini vertruyen, togvertruyen, like seinserot. Du weheng havini confidence. Du weheng kravini ans Leben levin von Bannakonten und Rutan weheng det, weheng det apver, wat du gegevt hast for ons. First, find ich. By the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh. So, der dritte von Gurdin, or curtain, nicht? So, ich einmal wiederzustoet, the holy place in the Old Testament, der Illebund, du weh der Ark of the Covenant, wo God ben wohnteid, wo Moses hoort, wo sie einmal raumdrehu und deiden in der Wiesternis. And, wenn sie ich vor euch hoort den Maitreo, dann wollen sie dort abstellen und dann wollen sie du raum, den ganzen, der Gurdin, alle hansaten, und die fences, die tun, und alles, wenn du es, wo Gott wohnteid, dort wir den, den Tempel. Und dann du sie raum, der Ark of the Covenant, wo Gott ben wohnteid, du hon sie in zahe, zahe, grote, deke, Gurdin, curtain. Und du könnt kein Mensch nennen und es bist der Hüge Priester. Und wenn sie dort reden, was sie sagen, dass die Hohden einen Strang eingebunden an den Hüge Priester, wenn sie nennen und da können bloß Wasser zieht nennen und da können bloß der Hüge Priester sein. Und wenn sie ab einmal nicht wird rüttmerken, wenn sie ab einmal wird berendstorben, wenn sie ab einmal nicht krankereich, die Dinge, die wir tun haben, in der Holy Place, dann würden sie den Maitreo rüttschlappen. So, it was a very holy place und das wird sehr sacred. Du könnt nicht erst wenn nennen gehen. Aber nun, wegen dem, was Jesus getan hat, nun ist dort zwei Geräten. Wie weit in der Geschichte, dass Jesus, du ab einem Krieg stoffen hast, du werden ihr beten, dort war dies da, der dauert es deinen Abstuhn und der größte Gurdin, was sie dort abgestallt haben, da werden einen Hof geräten. mir freut, dass dort dort wird, nicht bloß die Erbäden und dies der Gewohnness, aber mir freut dort, dass dort wird feieräten, wenn Gott will dort weiten, Gott will erwiesen to uns, dass wir nie keinen nach Arm kommen, dass wir sein Rache merken, mit Arm. So, wegen dort, Vers 20, by the new and living way that he opened for us through the curtain that is through his flesh and since we have a great priest over the house of God, so Jesus es nie uns hühe Priester, Vers 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. so hier Vers 20 sagt, okay, nie, tabi, nu kum, nie kebe nur da kum, wegen what Jesus for uns gedun haf. Man trüet hoort in full assurance of faith, die tofe trüen, die glauben, wat we haan, tabi ni haan, wegen wat God Jesus for uns gedun haf. Jesch einmal wird Moses in Ehren, nicht? Die Israeliten, Moses in Ehren, und God sit, die infizit atzohlen doon, der alter, alter renn melken, in de menschen renn melken, wat sie weren't doon, as sie weren't erfinish, ne bloat nen duken, wat sie hoden offering doon, na wren sie dort op de menschen napsprinklen, sestet, op de alter, ten atod would renn melken, na wud dat pure melken, en nanot nach, sestet den de ondre priester ordaining, te priester melken, dan den menschen öxestet, mat doon, ewa spratzen, weng wan se doon, dan woden de menschen renn, but hier sagt dort, in ne testament, in et nier bunt, sagt det nu, dot with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water, so krex es doot, got jesus in bloot haf nu ans renn gemerkt, krex es doot in ish ille testament diden, verse 23, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful, so did us hope not feel on that, verse 23, okay, ni were a force to on dot, on dot promise, what he gift us, net out hoop ning, what we need han, and that side here, without wavering, what meint dot, without wavering, that meint und duren, un wundren, un schwor han, is dot ab ihrem so ass, without wavering, un han tre, oh, von del falle mi nich is in chris, but von del do eck, what it ab ihrem so sen, or what it nich so sen, or so like or so like nich, dot wavering, we brücken nich wavering, doing grud, that is important, dot we dot verston chen, wer wie sen, from banner kont nere ut, for he who promised is faithful, do i what did promise jem jak taft, du kever anz, du kever ab gläuven, the water fall bring, farish 24, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of sun, but encouraging one and all the more as you see the day drawing near. so 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 we don't have here to come and to speak and to speak to live and go to walk down when the end camp was I know that we don't stay to come down we don't think that we see in Christ is the top come down we don't going evil schaffen the enemy so don like that say a schlach when they step come down and from God sin word lesen and that one and other mouth to to speak in life so we saw me up here my daughter my top come say that he so so have you on you know that I saw we saw in Christ we saw rain me out we saw me out we saw under fashion we saw fashion not saw in 2 Korinther 5 7 Tien saw that thought well like where he is his own up king that this means that anyone who belongs to Christ has become a new person and the old life is gone and the new life has begun so when we in Christ are we are new in Epheser Epheser is a chapter say of a chapter even I had developed me and got light dance and how you choose how all scene to be holy and without fault in his eyes to me hellish and own short in the young for here that I answer adopting and seen to seen in a family then so when we don't live and down then we have to live night so I wait what the flesh in the government going that not as which off dot I wait me to state things which off dot dot I can bless my meaning this sexy got on him mean the way that active will fill in the house and wo the best in the living I wait for myself who actually and actually in send in myself spend my inner cross the way we said so I can do what I see in Christ and do on him I can God his right to him and not man to stop what is my mind shadow make you 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 do course and do that show that on to him I being we said you want well I want I want I want want to and I want I want to fly and to see I want to to know that is not what it is that but that from Ben the return on the other not from the other so it not so and we God say we say in arm and what he on that and and the moment I don't leave and don't what is a sure then on to and 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 when my mom and me not you say that that a character that 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 we and that well when it you that you that you that you you Mit ihr ist dort eine beste Brücke und ich weiß es was, die hat sich hier auch alles gemacht, die macht es dort und es ist dort, dort wird es frisch, dort darf ich keinen Meld nicht. Wenn meine Mama immer dort ist, würde ich nach ihm sein, wo würde ich da nicht? Ich würde nach ihm sagen, Fein, ich kann das nicht. Wenn dir das nicht geht, dann hat ich nicht mehr den Dorn. Da würde ganz meine Probleme in meinem Leben ohne sich gelebt werden. Aber wenn wir wissen, wie wir sehen, in Christus, was er für uns tun hat, ist, dass wir von uns nicht mehr tun, ohne sich sein. Aber wenn wir dort sehen, wenn wir dort sehen, ich war ein Warnung, und das sage ich hier so auch noch in Hebräer, wo wir nicht das nächste Warnung gehen, so dass die Frau erst vielleicht war weiter gesagt in Christus sie. Du twiwelst so viele Menschen, Eva, war weiter gesagt in Christus sie. Wegen der Konflikt in die Weg für die Gäste, das war der Sinn, nicht? Aber in einem Monat oder was immer das ist, dann fällt sich das so ein Anfang von ganz ungen an. Wann die dort weidet, wann die sind in das, wann die dort schuld ist, wann die vorgott eine Vergebung freund ist, in die was bett, dann best die, dann hast die der hellige Jes in die Bähne, dort erst in den Tiken von, dort die Götzchen Kind best, die wurscht nicht perfekt sind, eigentlich nicht perfekt, nicht einer ab dieser Welt erst, wann dort erst, wann dort te down hoden, wo perfekt wird, oder wie werden, wie werden alle verdammt sein, und dort sagt, wie wird, ob er wegen Gott Jeses perfekt wird, für uns, der wir nicht perfekt in Armband sein. De Leben, was Jeses Leben died, wie ein perfekte Leben, in den Heiden perfect Leben leben died, in dein perfect Daut Storben, connect in perfect Leben, leben, in den Leben. Das wird ein ganzer Müllfall. Aber hier ist der Warnung erst der Hebräer verscht hier zum Schluss sagt Vers 20 20 For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth there is no longer remains a sacrifice for sins but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries as I say Jesus when we are waiting down and waiting to that and we don't don send me fleet deliberately say that Jesus that me we wait and we don't anyway and don't that play and that and don't like that don ask this sacrifice not for us don ask you not a offer for your sinning when we don't need don when we don't change don we don't say oh yeah I don't that we don we don know what are sinning don un un beta worden or un light worden de Eva don don tell it don what do a your word don what do and your act come not so that Jesus did for all sinning storm and we might not on him we might know we can be we seen in Christ is one card to schluss one one minus salvation one minute sorry cat to don hold my way me fall though I would I can make I week can make your 10 man on the for year one what the Han on the salvation or leisong what the Han half next to the amount fall long that have to down my word head my fact and so when you do it best with you struggling that to mat that's okay we have all the teeth and that's a test for us and I would just say to pray and listen and to give not give not give when you do that struggle and don pray and les I can you tell you and all or clore me and but I hope that there is one can go and there is a thing where one can go but not give and let and let from this this word that word that word that clore word I thank God for your word that when we were confused or confused or not know that we can go and but the first ground come what in word as and in word thanks for that living living that that we not living can that the perfect living that for us what answer sin and all bet that be for you to hear from that we can this we on him to be what the so son and 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 thank you God for the for us you have that we know amen don't can believe for that we bring that when we Christ son genom hand then we have left and when we have a different living down then we have not that that so close that this is in life have nothing another to down that can it so the leg as the list is yet for one bulletin hand either in blot or you have it in whatsapp you weren't things not not they what the members weren't here weren't things like so it was clock seven here top coming bit you from the reden found out when you inter see it sound the fair and I would with the the new members up name the next is end up up april the twider and on the christian life classes and we plan disaster and april top us to harm you know and next list dot you one year mad vex over care groups youth night thursday and then once morning you bet stront so and on this the couples retreat and uni the 23 25 24 and you my information well and you can you not create what you know you can you know you calendar smart into fair right man schnitt and say a gese end a dach and a gese end the back and leave being christ serving